Man faltet ein rechteckförmiges DIN A4 Papier, also 210 mm auf 297 mm, längs der Achse AB mit A und B, zwei Punkte jeweils auf der großen und auf der kleinen Seite des Papiers, wie hier neben dargestellt. Die Falte ist so, dass die Ecke C des Blattes genau auf der gegenüberliegenden Seite abgebildet ist. Man kann beweisen, dass dies erfordert, dass die Längen AC und CB, jeweils mit X und Y in Millimeter bezeichnet, so sind, dass Y geteilt durch X gleich ist zu Quadratwurzel von 210 geteilt durch Quadratwurzel von 2X minus 210 mit X-Element von diesem geschlossenen Intervall 123 bis 210. Zeige, dass der Flächeninhalt der gefalteten Fläche ABC minimal ist, wenn das Dreieck CBC' gleichseitig ist. Wir suchen also den kleinstmöglichen Flächeninhalt dieses Dreiecks ABC. Den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC können wir ausdrücken mit Basis X mal Höhe Y geteilt durch 2. So, so haben wir den Flächeninhalt mit den zwei Variablen X und Y ausgedrückt. Aber die Variable Y kann man mit X ausdrücken und zwar durch diese Angabe, indem man dieses X rechts rübersetzt, wo es multipliziert. So, so erhalten wir, dass Y gleich zu diesem Bruch ist und deshalb können wir hier Y durch diesen Bruch ersetzen und somit haben wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC mit der einzigen Variablen X ausgedrückt. Von diesem Flächeninhalt suchen wir ein Minimum, also leiten wir den zuerst ab. F geteilt durch G' das macht Hier können wir noch durch 2 kürzen. Im Zähler machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Der gemeinsame Nenner ist diese Quadratwurzel und so stoßen wir auf diese Rechnung. Oben kann man eine 2 ausklammern und die mit der 4 von unten kürzen. Dann können wir auch noch Quadratwurzel von 210 ausklammern und das führt dann zu dieser Rechnung. 4X Quadrat minus X Quadrat, das ist 3X Quadrat. Zwischen Klammern steht also 3X Quadrat minus 420X. Da können wir noch 3X ausklammern und so stoßen wir letztendlich auf diese Ableitung der Funktion ab. Wir halten diese Ableitung hier fest und werden davon eine Zeichentabelle machen. Die besonderen Werte sind 0, 105 und 140. Daher diese Zeichentabelle. Links von 0 ist nichts vorgesehen, weil diese Zahl X streng positiv sein muss. Dieses Binom, ich habe diese beiden sofort multipliziert, um hier nur eine Zeile schreiben zu müssen. Dieses Binom wird 0 bei 0 und bei 140. Außerhalb der Nullen, Vorzeichen der Vorzahl von X Quadrat, also Plus, hier links gibt es nichts, und dazwischen entgegengesetzt, also Minus. Diese Quadratwurzel ist 0 bei 105. Rechts von der 0 ist die Quadratwurzel streng positiv, ihr Würfel also auch. Und links von der 0, also hier, gibt es die Quadratwurzel nicht, den Würfel also auch nicht. Daher diese Zeichenzeile. Jetzt Schlussfolgerungen für A Prim von X. Hier Schrägstrich, weil da ein Schrägstrich ist. Hier auch. Hier Schrägstrich, weil dieser Würfel ein Nenner ist. Hier streng negativ, hier 0 und hier streng positiv. Und daher diese Schlussfolgerungen bezüglich A von X. Wir haben also herausgefunden, dass der Flächeninhalt von dem Dreieck A, B, C minimal wird, dann und genau dann, wenn X 140 geträgt. Also, so, der Flächeninhalt vom Dreieck A, B, C ist also minimal, dann und genau dann, wenn X gleich 140 ist. Und genau in diesem Fall sollen wir beweisen, dass das Dreieck B, C Prim, C ein gleichseitiges Dreieck ist. Und um das zu beweisen, berechnen wir einfach die drei Seitenlänge. Und schauen, ob sie gleich sind. Beginnen wir mit der Länge dieser Strecke, B, C. Die Länge dieser Magenta-Strecke, das ist natürlich Y. Und wir wissen, dass Y gleich zu diesem Bruch ist. Also brauchen wir X nur noch da und da durch 140 zu ersetzen. Und somit finden wir sehr schnell, dass diese Magenta-Strecke als Länge 140 Quadratwurzel von 3 hat. Jetzt diese Magenta-Strecke, B, C Prim. Durch dieses Falten wissen wir, dass B, C Prim genauso lang sein muss wie B, C. Also ist die Länge der Strecke B, C Prim auch 140 mal Wurzel 3. Fehlt nur noch die Länge der dritten Seite. Und um diese Länge zu berechnen, werden wir zuerst diese Ecke da unten mit D bezeichnen und arbeiten jetzt in diesem grünen rechtwinkligen Dreieck C, C Prim, D. Der Satz des Pythagoras besagt, dass die Hypotenuse gleich ist zur Quadratwurzel der Summe der Quadrate beider Katheten. Also diese Streckenlänge, D, C Prim im Quadrat plus diese Streckenlänge, also 210 im Quadrat. Jetzt bräuchten wir noch das Quadrat von D, C Prim. Um das zu bestimmen, arbeiten wir in diesem blauen rechtwinkligen Dreieck. Durch dieses Falten wissen wir natürlich, dass diese Strecke genau x lang ist, also die Hypotenuse von diesem blauen rechtwinkligen Dreieck, das ist x. Der Satz des Pythagoras in diesem Dreieck ergibt also, dass diese Kathetenlänge im Quadrat dasselbe ist wie die Hypotenuse x, das heißt 140 im Quadrat, minus diese Kathetenlänge, AD im Quadrat. Diese Länge, das ist 210 minus 140, also 70. Deshalb ist D, C Prim im Quadrat, 140 im Quadrat minus 70 im Quadrat. Hier ist es praktisch, die binomische Formel einzusetzen. 140 im Quadrat minus 70 im Quadrat, das ist 140 minus 70 mal 140 plus 70, also dieses Produkt. Dieses Produkt können wir jetzt hier einsetzen und finden somit für C, C Prim als Länge 140 Quadratwurzel von 3. Wir finden 3 mal diese selbe Länge, also haben wir effektiv bewiesen, dass in diesem Fall dieses Dreieck B, C Prim, C gleichzeitig ist.